Wahrlich, die Götter haben uns diesen Tag lange vorausgesagt und heute ist er da. Assassin's Creed Valhalla, endlich spielbar für den Otto Normalverbraucher. Und ich denke, ich habe mich ganz gut vorbereitet. Männliche Kaffeetasse, meine Axt, der Rabe hinter mir, Blutopfer im Garten. Ich denke, wir haben alles. Also, legen wir einfach mal los. Da bist du ja. So, dann geht das auch schon los. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, die Cutscenes sind rausgeschnitten, weil ich gucke mir die bei Let's Plays auch nie an und man will ja das Spiel sehen, oder? Also legen wir einfach mal los. Wir spielen einen jungen Knaben, sehr beliebt am Anfang von Spielen. Was haben wir da eben rausgeholt? So ein Ring hier, ne? Männlichkeitsring oder wie das heißt? So. Ich habe jetzt schon eine Kernherausforderung abgeschlossen. Okay. Ja. Das ist einfach muckelig in solchen Wikingerhütten, ne? Ist einfach muckelig mit den Fällen und so weiter. So, Tür auf. Moin. Ja, dankeschön. Fehlt mir jetzt ein bisschen die Double Bass, aber okay. Ich lasse das nochmal durchgehen. Zum Friseur kannst du auch mal wieder gehen. So, was haben wir hier? Moin. Eigentlich bin ich ja nicht mehr zu jung zum Alkoholtrinken, ne? Bei den Wikingern war das doch nicht so. Oh, geht weiter. Ja, grüße dich. Oh ja, erst mal das Tanzbein schwingen hier, ne? Das ist ein Move. Da kann man nicht gegen sagen. Hoch das Bein und eins, zwei, drei. Alles klar. Da habe ich jetzt genug von. Bin schon vom Zugucken außer Atem. Tanzen, 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 tanzen. Du hast aber auch schon einen über den Dorf, was? Oh, du auch. Ja, nett. Nett. Hey. Sigurd, schlange Auge. Ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss zwei große Landschiffe wert sein. Ja, mindestens. Und sieben Kamele. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Med. Das ist Pech. Anschalten. Was kann ich denn hier anschalten? Das ist doch eine falsche Übersetzung, oder was? Anschalten. Na ja. Oh, dein Huhn ist weggelaufen. Ha, das war ja witzig. Oh. Na ja, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Oh, du bist noch ein bisschen lött, ne? So. Und was macht ein Kind so während der Schlacht? Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Ich geh einfach mal raus. Nichts ist wahr. Ehe es von den Zweigen Uf-Gracils gebrochen wurde. Kommt her. Oh Gott. Oh ja. Evo. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trell-Uwe. Akzeptiere dein Schicksal und stöp als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster. Hör nicht auf ihn. Wenn ich mein Leben gebe, dann schonst du meinen Clan. Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin. Nein, Varin. Nimm deine Axt. Nein. Oh, Leute. Der hat den Beinamen der Grausame. Was denkt ihr denn, was der macht? Ja, nehmen wir mal den männlichen, ne? Aber ich glaube, das ist auch Schiedi Goal, weil... Ja, man kann die Einstellung später ändern. Also kannst du jetzt auch einen Esel-Eibohr spielen. Ist egal. Nehmen wir mal den. So, jetzt geht das mal richtig los hier. Jetzt bin ich erwachsen. Waffen haben wir auch. Okay, Bogenschießen geht auch. Ne, meinen Rahmen, den werde ich bestimmt nicht abknallen da. Das ist... Schlagen, schlagen. Zurück. Aha. Na gut. Dann schauen wir mal, was hier so los ist. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu Ihnen. Servus. Ja, okay. Nö. Dann. Untersuch um die Umgebung, um alle interaktiven Elemente in der Nähe zu sehen. Halten. Hi. Ui. Okidoki. Jo. Da, siehste. Jo. Besser. Viel besser. Eigentlich war es zum Mampfen, ne? So. Plündern, plündern, plündern. Was man als Wikinger halt so macht. Dann haben wir hier noch. Jo. Immerher damit... Oh, da war auch noch was. Nein. Doch nicht. Aha. Jo. Firma dankt. Ja. Ein paar Vitamine sind immer gut. Das hebt mich für später auf. Der Proviant ist voll. Ich fasse es nicht. Mann, 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 Mann. Guck mal, wie der Schnee an den Füßen hängen bleibt und so weiter. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Ach, das ist alles das gleiche, Mann. Klettern hier, oder was? Jo. Jo. Einfach hoch, ne? Nicht sehr anspruchsvoll. Was ist hier so los? Aussichtspunkte. Ja, da wollte ich doch hin. Da wollte ich doch hin. Damit wir mal irgendwas sehen, ne? Rekia Filki. Rekia, ja. Ja, ich denke. So. Da hat er sich jetzt auf den Aussichtspunkt fokussiert. Dann marschieren wir da nochmal hin. Nein. So. Oder so. Ja. Ja, hoch, junger Mann. Hoch. Ha. Komm, meine Oma ja schneller. Ja. So. So. Ist ja eine geile Landschaft, ne? Ist ja geil. Hier haben wir kein Schnee mehr im Winter. Nur Regen. Ah, ist ja schon nett. Ök, der Einbrecher. Ök, weißnis. Der Einbrecher. Äpfel. Ök, weißnis. Aha. Ja, empfohlen Stärke 1. Ja, die sollte ich ja wohl haben, ne? Oder? Haben wir sowas? Hm. Ja, Stärke 1. Ja, Stärke 1. Bestens. Was haben wir sonst noch hier? Ja. Trellhemd. Ja, ich glaube, Trell sind die Ausgestoßenen, ne? Freiwild. Vogelfrei. Wie auch immer. Eine Plünderaxt habe ich auch. Mahlzeiten. Köcher. Haben wir einen Helm? Nein, wir haben keinen Helm. Handschuhe haben wir auch nicht. Eine Hose haben wir. Und, äh, ach das. Ah, okay. Ja, nö. Das ist ja noch nicht so viel. Wo soll ich denn jetzt hier runterspringen? Da ins Wasser vermutlich, ne? Tja. Tauchen können wir auch. Hechten. Hechten ist hier tauchen. Aha. Okay. Dann geht es jetzt weiter zu... Ah, guck mal, es ist kalt, ne? Tja. Hey, mit kondensierendem Atem sogar. Meine Fresse, du. Dann... Geht erst mal weiter hier, ne? Da ist schon die erste Hütte. Ja. Wie kann ich denn hier nicht, äh, ducken? Oh, das war ja... Ne, das war ja Quatsch. Aha. Ja, ich würde sagen... Da ist seine Schwachstelle, wie es aussieht. Da. So. Junger Freund, ne? Schwergebiet, ja. Mach nix. War da drin? Nein. So, dem habe ich sein Pausengeld abgenommen. Was haben wir hier? Ein bisschen was zu essen. Ist immer noch voll. Ja. Was haben wir hier? Ja, nett. Ne Maultrommel braucht man bestimmt mal. Irgendwann. So. Dann geht es weiter. Zeigt er mir auch an, wie viele Pfeile ich habe? Vier. Vier Pfeile. Okay. Rabenperspektive. Da ist das Ziel. Da ist ein Boot. Schwebemodus. Dann bleibt... Ach gut, das ist ja wie bei Dingens hier, ne? Ja, das in Ägypten. Ja, wie heißen das jetzt? Ja. Egal. Wir spielen jetzt Valhalla. Den Namen kenne ich. Mit einem Bogen kannst du entfernte Ziele treffen. Ach. Das hat einen Bogen so an sich, ne? Jo. Kommen. Leder und Hirschhufe. Ach, lecker. Oh, noch eine Hütte. Bisschen was Größeres. Schauen wir doch mal, was hier so los ist, ne? Aha. Siehst du wohl. Hallo, ist mir die Tür da? Moin. Eine Kiste. Truhe plündern, bitte sehr. Hi. Kürtvis Befehle. Rikulf. Bereite Waren's Kinder für die Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du für dein Blutopfer nehmen. Beste Grüße, Kürtvi. Bis Tensen. Ja. Hier war da auch nichts drin. Ach, Leute. Ich kann doch nicht mal Kisten kaputt machen, da ist nichts drin. Das macht auch keinen Spaß. Immer noch voll. Komisch. Kürtvis Krieger. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Ich muss mich in Acht nehmen. Und jetzt leben wir wie die Jarns. Solange der Raben-Clan lebt, wird das nicht geschehen. Die kämpfen wie Berserker. Eivor Wolfsmaler schlug allein eine 20 Schaft oder mehr. Ha. Jetzt schmeckt Eivor die Peitsche des Sklaventreibers. Prinz Sigurd scheint auf See verschollen und die Raben sind bald vergessen. Das kommt davon, wenn man so fies ist. Jetzt lege ich dich nämlich da drüben hin. So. Hast du jetzt davon. Aha. Der zerbrochene Rüstung. Cool. Na gut. Money in my pocket. So. Was ist hier oben noch so? Nix. Eine Fahne. Gut. Hat der immer so ein Geräusch gemacht? Ich weiß das nicht. Was ist denn dieses leuchtende Dingens da? Soll ich da mal zwischenkloppen oder was? Schlacht um die Nordwege. Ja. Nein, ich habe nicht auf den Controller geguckt, wo die Taste ist. Das wäre ja lächerlich. So, es gibt drei Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und ermöglicht einen eigenen Kampfstil. Das Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn ein neuer Ausrüstungsgegenstand aufgenommen wurde. Waffen, die in der Haupthand ausgerüstet werden, verursachen den Größteil deines Schadens und bestimmen deinen Kampfstil. Für einen weiteren, für einen etwas defensiveren Ansatz kannst du auch Schilde in der Haupthand ausrüsten. Du kannst Waffen und Schilde auch in der Nebenhand ausrüsten. Diese haben dann eine unterstützende Wirkung auf deinen Kampfstil. Jetzt habe ich eins übersprungen, okay. Bögen deiner Nahkampfwaffe, blablabla, Bögen, ja, ja, schießen, und Tod, ja, okay. Gut. Da ist jetzt ein Ausrufezeichen. Ja, aber ich will ja nicht in meiner Haupthand, will ich ja nicht ein Schild, ne. Dann mache ich das nämlich hier hin. So, zack. Ja. Der war schon. Bist immer noch gebogen? Aha. Siehste. So. Nebenwaffen. Ja, habe ich schon rausgefunden. An einem pulsierenden Leuchten im Kompass erkennst du, dass in der Nähe von Chätzen, dass, was, dass du in der Nähe von Chätzen bist. Mein Gott, du, die Schule ist auch schon lange her, kann ich überhaupt nicht mal mehr richtig lesen hier. Ja, nee, dann machen wir mal die Sicht. Ja. Gold, das sieht aus wie Gold, ne. Gucken wir mal. Das ist noch weiter weg, dann können wir erst mal zum Gold. Mit einem raarmen Kern zu Quest-Hilo an, ne. Ja. Ja, habe ich das schon, oder was? Ja. Das, ja, ja, ja. Markieren, oder was? Aha. Ja, brauche ich nicht. Steh doch direkt davor, oder was? Das könnte sein, Naibor. Das könnte sein. Aber hier ist ja so ein Dongsi im Zaun, ne. So, warte mal. Geh mal hier runter. Dann brichst du dir auch nicht die Hacken. So, ne. Ja, ist doch gut. Schauen wir mal. Da sind zwei. Da war keiner. Tüüüü und so. Dumm. Aha. Erstmal holen wir uns das Gold. Ah, Barren. Ja, siehst du. Das sah auch aus wie Barren. Das ist hier in der Hütte, oder was? Ja. Da ist aber auch jemand drin. Ne. Ach, der steht da vor. Crazy. Kohle. Was ist das? Mhm. So. Bleiben wir mal hier versteckt. Ja. Das mag sein. Da regnet es dann aber auch nochmal durch, wa? Dann hüpfen wir da doch mal hoch. Und gucken uns das doch mal an. Aha, da, siehst du. Ah, gleich gesehen. Ja, klettern, please. Danke. Mal gucken. Aha. Okay, ich kann mich hier raufstellen. So. Oder Piedel, du. Ne, von hier kriege ich ihn nicht. Okay. Moment. Der ist doch noch woanders. Ja, durch die Decke schießen kann ich wohl nicht. Ach, Freunde. So, hier. Kann ich hier auch irgendwo anders noch runter? Okay. So, genau. Ja, da ist der junge Mann. Boah. Aber jetzt hier nach so einer halben Stunde schon einen kleinen Endboss, ne? Ach, verfehlt, ne? Ich hab keine Pfeile mehr. Scheiße. Ey, ich hab, ich hab doch... Ich hab das gedrückt, Junge. Geh mir nie auf einen Keks. Mhm. Boah. So. Ja. Da hast du nie begrechnet, du Nasenbär. Ich weiß nämlich auch nicht, was ich hier tue. So, ganz genau. Du mit deinen neuen Hämmern. Tja. So. Aufs Schnützli. Ey. Moment, Moment, Moment. Erstmal... Ja, danke. Ach, bitte. Was soll denn das? Ah, Mann, du. Ah. Voll mit dem Hammer auf dem Schädel. Von beiden Seiten, du. Das ja... Ach. Boah. Ah, ich wäre ein richtig guter Wegener geworden, ne? Ihr merkt das schon. Was ist mit dir? Bringt uns los. Oh. Ja, natürlich. Mach hinne. Rabenclan-Klamotten habe ich gekriegt. Die ziehen wir jetzt erstmal an. So. Rabenclan-Mantel. Nice. Dann... Rabenclan-Rüstung. Auch nice. Was haben wir noch? Fadders-Ax. Jo. Tempo wird nach jedem Treffer erhöht. Das klingt ja nett. 46 und 54 Angriff. Auf jetzt. Passt farblich auch viel besser zum Outfit. Was haben wir hier? Rabenclan-Armschien. Nett. Und... Rabenclan-Hose. Ja, da haben wir immer noch nichts vom Helm. Haben wir noch das Schild? Nö. Nö. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Haben wir schon mal unser erstes Outfit hier. Ja, habe ich gemacht. Danke, Spiel. Für den Tipp. Gibt es hier noch was zu klauen? Oh ja, da hinten, ne? Jo. Da sind noch ein paar böse. Ach. Ah, ich heulich, dadurch kann ich hier was plündern. Das sind aber nur irgendwelche Leute aus meinem Clan. Ah, das kann ja jeder. Plündern. Nett. Welche sind jetzt ausgerüstet? Die Jagdpfeile vermutlich. Okay. Ja. Leute, wartet ihr vielleicht mal auf mich oder was? Darf ich hier mal mich eben umgucken? Frech. Wirklich frech. So. Bevor wir jetzt weitermachen, das war Roundabout, die ersten Szenen aus dem Spiel. Hat jetzt schon Spaß gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Und ich liebe das ja, neue Rüstung zu kriegen, neue Waffen, das aufleveln, da mit der Siedlung. Da freue ich mich tierisch drauf. Und ich bin echt mal gespannt, wie das alles wird. Endlich mal ein Assassin's Creed, auf das ich mich wieder gefreut habe. Nachdem Ägypten und Griechenland, wo die Settings mir beide auch nicht so gut gefallen haben. Ich denke, das wird ein Spiel sein, mit dem ich länger beschäftigt sein werde. Also. Habt ihr es euch auch schon gekauft? Oder guckt ihr das jetzt, um eure Entscheidung vielleicht zu vereinfachen? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Gut. Vielen Dank.